Alter Schwede, du wirst... So... So, 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 ähm... Dann können wir den... L'amour de fruit... Nektar nach hinten stellen... Oh... Das ist ne schöne Tour... Und gibt's mehr Licht... So, und dann würde ich... Nicht so n... Naja, Teppich und Steine würde ich nicht nehmen... Ich würde Holz nehmen... Und dann so ne schöne Bretter... Gibt's das hier nicht? Mauerbohnen, Stein... Decken... Decken schließen... Das gibt's... Okay... Guck ich mal unter Verschiedenes... Aber da wird das auch nichts drin sein... Ihr wisst... Ihr könnt euch sicherlich denken... Was ich meine... Solche... Biken... Aber das sieht nicht aus... Warte mal... Ich guck jetzt einfach... Ne... Schade... Das ist nicht so... Wie ich's gerne hätte... Nehm ich ja noch das hier... So... Warte mal... Vier... So... Na dreh dich doch... Achso... Dann machen wir hier einen kleinen Weg... Dann machen wir hier einen kleinen Weg... Dann machen wir hier einen kleinen Weg... So... Und dann... Ich hab ne geile Idee... Momentan sprühe ich hier vor... Vor Ideen... Ich knalze mal draußen... Dann... 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 Wäre auch geil... Alter Schwede... Was man so alles machen kann, wenn man plötzlich Geld hat... Außenbeleuchtung, genau. Ja! So, wie viel kostet einer? Geht ja. Das ist hier der vierte. So. Vielleicht nicht so nebeneinander, sondern ein bisschen versetzt vielleicht. Kaufen wir uns dann nachher noch ein paar. Dann nehmen sie doch. So zum Beispiel. Und dann machen wir einfach hier. Habe ich da jetzt einen Weg übergepflastert? Ah, die Steinstatue passt jetzt nicht mehr. Was ich ja natürlich noch geil finden würde, wäre, wenn ich diese Steinstatue irgendwie hier auf den Zaun klatschen könnte. So, und jetzt fasst es wieder. Geil, kann man hier auch Straßenlampen. Das wäre auch geil. Eigene Straßenlampen. Okay, genug gekauft. Wow. Alter, das sieht krass aus. Kann man die Fackeln ändern? Farbe. Nein, wir machen es realistisch. Das ist unrealistisch. Farbe einstellen. Rot. Und dann Intensität einstellen. Aufhängen. Automatisch und alle Lichter. Ach, da haben wir ja wieder Geld. Dann geht's gleich weiter. Ich sag ja, hier geht Schlag auf Schlag. Aber ich glaube, wir müssen auch langsam mal zum Ende kommen, sonst rendere ich hier die ganze Platte voll und ich, ganz ehrlich, ich komme hier auch wirklich dann nicht zum Ende. Nicht nicht zu Ende. Aber ich möchte gerne das hier noch fertig machen. So. Dann möchte ich mir gerne noch einen Grill kaufen. Was ist denn das für Herr Schiff? Ja, und schon reicht das Geld nicht mehr. Aber egal. Geiler Scheiß. Dass wir das in diesem Part, also dass ich das noch in diesem Part hier hinkriegen würde, ehrlich gesagt hätte ich Null gedacht. Null. 0,0000. Der hat sich der... Die beiden haben sich wirklich jetzt hier in der Auszeit gekönnt. So. So, wie weit ist sie mit ihrer Charisma-Fähigkeit? Gut, sieht alles gut bei ihr aus. Dann warten wir noch, bis ich ins Bett gehen möchte. Das ist ein Stück, jetzt mal die Charisma-Fähigkeit. Jetzt ist es in diesem Part, also dass wir mit dem Ganzen eher als Kallabaka-Fähigkeit haben. Kallabaka? Fraghnur. Schishkashmaku. Schishkashnaki. Numa. Hm, sie- Sibruni-Yakana. A-Ski-Yabtasch. Sibruni-Yakana. Was sie alles haben will. Maphuba. Hach. Das ist erst 16 Uhr. Ich dachte irgendwie gerade... Es sieht so dunkel aus. Was war das gerade für ein Zeichen darüber? Und warum geht er jetzt schon ins Bett? Alter. Mhm, ja. Warte mal, ich bin geil und ich kann so vieles und ich wollte einen Kaffee haben und das war ein bisschen different und so. Und ja, äh, ich hab ein Problem mit mir selbst und mit der Welt. Und ja, ich verkaufe dann auch das. Und ja. Ach so, die Ansicht ist auch geil. Oh, oh, samtne, 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 samtne. Entschuldigung. Wir müssen mal einen neuen Fernseher haben. Der sieht ein bisschen nicht mehr wohngerecht aus, möchte ich mal sagen. Der sieht so unpassend aus. Diese sagt sie auch. Und das Bild ist irgendwie, ähm, okay. So, Charisma steigt langsamer hier. Spenden, Spenden, Spenden. Ich glaub, das ist das Spendenpartys, ne? Moment mal. Wenn du weiterkommen möchtest, solltest du ein paar Sims anrufen, um sie zu einer Spendenparty einzuladen oder bei Freunden um Wahlspenden bitten. Frage am besten zuerst bei engen Freunden vorzugsweise. Reichen und engen Freunden nach. Gut, gut. So, die Gute hat für heute genug geredet. Sonst hört sie sich nachher an wie ich. Das Uhr. Alter, der Zwerg. Guckt euch jetzt den Zwerg an. Philipp, die geht hier zu Burning, Philipp. Passt aber jetzt von der Mütze her. Ich hoffe, der macht hier jetzt keinen Unfug. Alter, das sieht mir jetzt rot aus. Flamme. Flamme. Naja, jetzt sieht das innen drin aus, aber ich finde diese Einstellung, Flammeinstellung, viel, viel schöner. Flamme. So, das hat sie sich auch verdient. Unbegrenzte Arbeiten. Ach du Scheiße. Wie kann man nur so viel arbeiten? Aber sie kriegt glaube ich nebenbei noch Geld. Liefere die Kekse an der Schule ab und nimm. Mhm. Eine Lehrerin und die Backwaren für einen guten Zweck und haben nicht gebeten. Och joa. Nie. Das kann sie auch mal machen. Statt so ne Scheiße das hier. Nein. So. Wie sehen ihre Bedürfnisse aus? Naja, ich schicke sie jetzt auch mal ins Bett. Oh, die kriegen überall Geld. Was macht sie überhaupt? Hier muss mal Wäsche gewaschen werden. Na gut, Leute. Das war's jetzt von meiner Seite aus hier bei Sims mal wieder. Es war wirklich schön, wieder hierher zu kommen. Und guck mal, wie viel wir hier geschafft haben. Vielleicht sollte ich öfters mal Sims pausieren lassen. Guck mal, wie weit man einfach kommt. Wenn man mal eine Pause hat so gekrärt. Ich hatte wirklich einen... Creative Overflow gerade gehabt. Dank des Geldes und dank der Entscheidung, die ich traf. Barney verdient jetzt mordsmäßig. Und ja. Aber wie gesagt... Wie dem auch sei eher gesagt. Bald kommt ja das neue Let's Play. Und wir sehen uns dann da dann wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch dafür, wenn es euch wirklich gefallen hat. Teilt das Video. Abonniert mich, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und wir sehen uns dann bei irgendeinem anderen nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.